Moin moin, meine aktive Zuschauer. Ich bin's wieder, eure Sniperin LP. Ja, wir sind jetzt immer stehen geblieben bei Ich bin beeindruckt und es ist etwas gruselig auf die Antwort von Rachel, dass ihr doch irgendwie so die Menschen kennen würdet. Es ist doch schon etwas gruselig, aber wir sind beeindruckt. Ich glaube, ich werde das gut fühlen. Wenn dein Vater ist die Direktorin, ich glaube, lying ist etwas, was du verwendest. Seriously? Seriously. Ich weiß, wer zu holen, wenn ich ein Ticket rauskomme, Dad. Nicht, dass ich ein Recht habe, mein eigenes Auto zu haben. Fahr erst, ein paar Veränderungen zu verabschieden, ein paar Veränderungen zu verabschieden. Hey, danke für mich. Ich glaube, ich glaube, ich bin ein paar Veränderungen zu verabschieden. Ich glaube, ich bin ein paar Veränderungen zu verabschieden. Also, ich bin ein paar Veränderungen zu verabschieden, David. Jetzt ist er auf meine Veränderungen zu verabschieden. Ja, ich glaube, die Moustache-Brain nicht wissen, was hat ihn zu verabschieden. Ich glaube. Du hast ein viel verabschieden, das ist alles. Es ist nicht ein Problem. Ich liebe es, dass ich es nicht zu verabschieden, aber Chloe Price ist nicht genau so genannt throughout Arcadia Bay als eine bastion von Trust und Empathie. Weil sie niemanden hat zu reden. Sie hatte ja nur Max. Und jetzt hat sie halt Whitechill. Vertrauen ist schwer. Ja, also Vertrauen ist schwer. Und wenn man jemandem vertraut, ist es meistens so, dass sie die hintergehen. Deswegen ist Vertrauen schwer. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? Fair point. I wouldn't mind listening to some music. Come on, it's helping me to wait to. Hey, you wanna listen? So, are we heading outside? It's a victimy dance. Are you coming down? Ach ja, so schon, ich bin voll süß, die zwei. I landed in Long Beach just so weit chịu. niche, die zwei geht, wie deinbrarer. Hier geht nicht hin, hörst du dich. Ich bin voll süß. An Chile, die zehn Jahre her. Nach der shouldken. Ich bin nur in der Arcaidia Bay. Vielleicht ein Tag, ich gehe zurück zu Long Beach. Oder irgendwoher. Vielleicht wird es wieder... Ich bin auch. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Dann springen wir! So sieht's aus, Chloe. Scheiß drauf! Was soll denn da passieren? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Ja klar, nicht so viel rauchen! Da könnte sie so wedgeschlüttel hinterher kommen! Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one? I like games. Deal with it. This is what I learned in theater class. It's all about improvisation. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hmm. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. Atma, wait for Atma. I'm going to... That blows. Well... Shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh, yeah? Let's see what you got. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Oh, you're just a bit of a bitch. Oh, what the hell? Oh, no, 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 no. MacGyver! It's too bad for you. Not your fault. My brother is not in my ass. Only the most time. Forget it. Oh, no. This whole day is out of order. But in the best possible way. Damn, that's an old tree. Wait. Does this sign say butt rot? No more. Oregon Weisweiche alias Gary Weisweiche Gercus Garania. Geschichte. Die ikonische Weisweiche des Standsparkes von Gulmination. Ist eine der älteste Bäume im pacifischen Nordwesten. Ihr gebogenes, stuhlartiges Wachstumsmuster reflektiert den braun amerikanischen U-Einwohner bei und zu formen, um Fahrt oder Gebiete von kulturellen Wichtigkeiten zu markieren. Das Alter des Baumes wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt, obwohl Braumporlinge Polyporus Dreyophilus innere eine genauere Analyse verhindern. Eine Narbe am nördlichen Ende des Stammes bezeugt, dass der Baum vor ca. 200 Jahren einen direkten Blitzschlag überlebt hat. Daten. Höhe 13 Meter. Durchschmesser auf Wurst. 1 Meter 60, Alter 400 bis 450 Jahre. Querschlitte des Stammes, die Engel zusammenliegen, geringerweise nach Zeiten der Trockenheit, Krankheiten und erneutes Wachstum nach einem Walbrand hin. Gucken wir mal. Undschau dir. Unschall. mit dieser Statue von einem Explorer-Guy. Wo sind alle meine Explorer-Ladies? Probierlich bei Hause, wassing Laundry und spitting aus Kinder. Fuck you, Dwight. Westerweiler. 1992 Dwine Müller. Designer. Ah ja. Westerweiler. Stop sextant-ing the interns. Westerweiler. Westerweiler. Just a day in the park. With Rachel Bamber. You know when something kind of amazing is happening? You don't always stop to think about it right away. And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah. Let's not do that today. Einfach mal ein bisschen mehr zeigen, wie sie in der Welt schlafen. Wenn du sie kaum kennst, ob du was Nettes? Was wieder eine Freundin. Bekannte Person. Bekannte Person. All right, you woodland creatures. Have some self-respect. This trash can is in pretty high demand. I've always said the Prescott family has a couple screws loose. in Gedanken an Martin and Leo. I don't know what's going on. The wonderful son of Arcadia Bay. Yeah. What's going on? What's going on? You might think you're thinking. That's not the case. Okay. What's going on? What's going on? Gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Totally. Gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Ugh. Ugh. Hmm. Lachin? A knife? Yeah. My mom took mine. Uh. No. How about a... nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Ugh. Right. Sh-sure. Let's try it. What's going on? Uh. Chloja. Attach. Chloja Price. Flo, I am a coach of Calium. Telium. Oran. Coach of Wasserstoff. Hello. Hey. Hello. Hi. 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 Gläubar ist Fluor, Iod, Kohlenstoff, Kalium, Telur, Uran, Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das Imperiumsystem Fickdurch schließt? Ich habe dafür Ärger bekommen, du Fluor-Sauerstoff-Telur-Sinn. Ich habe mich gerade eine Photosynthese genannt. Hä? Telur ist T-E von Seelen-S-E. Fickdich, du bist. Fickdich, du bist. Hehehe. Ekleid. Victoria. Hehehe. Ich kann dir nicht leiden. Das war mir hier ein bisschen kriminell. Das hat niemand gesehen. Das ist schon sehr, sehr lange weg. Ähm. Das hat niemand gesehen. Das ist... Eine Vibikation-Platte takes... Persistence. Oh. Okay, das ist jetzt... Aber das ist... Okay, das ist jetzt... Ja, Mann? Okay. Hey, aufgepasst! Oels ist auf den Kriegsfahrt. Oh, nein! Ernsthaft? Ich versuche nur zu helfen. Ja, klar. Du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hat da richtig Spaß. Ey, ist cool. Ey, seit einer Weile etwas debri. Weiß nicht warum, aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. Ach. So. Also, Rachel, den Nageffall bekommst du nicht wieder. Das ist jetzt Schrott. Hey, hey, hey. Verscout power, activate. Das war's für mich. Your MacGyver skills are second to none. Except, probably, MacGyver. Heh heh. Here's the game. You find some people for us to spy on. And then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it? I do that in my head during like every class. See? You're natural. Let's give it a try. Naja. So. Das war's mal wieder für diese Runde diesmal mit Life is Strange before the stop. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao.